Musik Eine Geschichte aus Wales Es lebte einmal in Wales ein Zauberer, der eine eiserne Hand hatte. Kraft seiner Zauberkünste entdeckte er, dass Münditi drum ein großer Schatz versteckt war. Dieser Schatz könnte erheben, wenn er einen mutigen Burschen fände, der mit ihm eine Nacht auf dem Berg vor dem Felsen zubrächte, unter dem das Gold und das Silber lagen. Lange konnte er niemand finden. Vergebens fragte er alle seine Freunde, alle seine Bekannten. Doch jeder hatte Angst und wollte mit einem so gefährlichen Abenteuer nichts zu tun haben. Doch schließlich sagte John Gittin, der sich vor Himmel und Hölle nicht fürchtete, er wolle ihn begleiten, wenn ihm die Hälfte des Schatzes zufiele. In einer dunklen, schauerlichen Nacht gingen beide zu dem Berg und blieben auf dem Rasenfleck nahe des Felsen stehen, unter dem der Schatz verborgen lag. Der Zauberer sprach. Ich werde nun den Geist beschwören, der den Schatz bewacht, damit er sich uns zeige. Er legte seinen schwarzen Umhang an, der mit Zauberrunen bedeckt war, umgürtete sich mit Schlangenhäuten, und setzte sich eine Kappe aus Schafspelz aufs Haupt, die mit Taubenfedern gekrönt war. In der Hand hielt er eine Beitsche, deren Griff aus Knochen und deren Riemen aus Aalhaut gefertigt waren. Mit dieser Beitsche zog er zwei Kreise auf dem Rasen, die sich wie das Zeichen einer Acht berührten. Dann zündete er eine Kerze an und trat in seinen Kreis. Stelle du dich in die Mitte des anderen Kreises, sprach der Zauberer zu John. Was auch immer kommen mag, tritt nicht aus dem Ring heraus. Nun öffnete er das Buch und las. Ich beschwöre dich und rufe dich an beim Schweigen der Nacht und bei den heiligen Zauberformeln und bei der Zahl der höllischen Geisterscharen, dass du dich hier und ohne Zögern einfindest und bei der Kraft der Worte dieses Buches mir Rede und Antwort stehst. Da erschien ein riesiger schwarzer Bulle, der brüllte, dass die Erde bebte. Doch der mutige John-Gehtin rührte sich nicht vom Fleck. Da verschwand der Bulle. Dann sprang ein ungeheurer Ziegenbock mit voller Wucht auf John zu. Doch da dieser sich nicht regte, verschwand auch er wieder. Als nächstes rannte ein borstiger Eber auf ihn los. Doch John rührte sich nicht. Dann kam ein Löwe, aus dessen Schlund ein feuriger Atem loderte. Doch John stand reglos, denn sobald diese schrecklichen Erscheinungen den Kreis berührten, den der Zauberer gezogen hatte, verschwanden sie wieder. Nun kam ein großes Feuerrad, lodernd und prasselt geradewegs auf den armen John. Geht ihn zu! Da verlor er den Mut und sprang aus dem Ring. Kaum war das geschehen, als das Feuerrad die Gestalt des Höllenfürsten annahm, der den John wegschleppen wollte. Doch da packte ihn der Zauberer mit der Eisenhand und versuchte, ihn zurückzuhalten. In diesem Ringkampf wurde der Arme John beinahe auseinandergerissen. Der Hörlenfüß war nahe daran, die Oberhand zu gewinnen. Da rief der Zauberer, bei der Macht des Ostens, Athanan, des Westens, Orgon, des Südens, Boralin, des Nordens, Glauron, beschwöre ich dich, diesen Mann leben zu lassen, solange diese Kerze dauert. Da ließ der Böse sofort von John ab und verschwand. Darauf blies der Zauberer die Kerze aus, gab sie John und sprach, Wärest du nicht aus dem Kreis getreten, wäre alles gut. Da du aber meinem Befehl nicht gehorcht hast, ist dies die äußerste Fricht, die ich dir lassen kann. Lege diese Kerze an einen kühlen Platz. Solange sie besteht, ist dein Leben in Sicherheit. John ging nach Hause und bewahrte die Kerze an der kühlsten Stelle, die er finden konnte. Doch obgleich er sie nie angezündet hatte, wurde sie immer weniger. John war seit jener furchtbaren Nacht auch nicht mehr derselbe. So wie die Kerze verging, verging auch er und beide fanden zur gleichen Zeit ihr Ende.